Hallo Leute, wie geht's? Los! Und heute machen wir wieder Let's Play Minecraft Survival Games mit dem Felix und dem Ben! Moin! Moin! Konrad Steyler und Putzer 77 Ja! Ich bin Ben berühmt! Und jetzt kann ich den von rein! Jetzt kann ich meine Mutter rein! Ich bin der Weltkopf drin! Ist das ein Shooter-Game? Wie kann ich den langen? Ich brauchte auch einen Shooter-Game Ich schreib dir auf Skype Ich schreib Slash, Bennett und dann den Namen Nein, Ban! Nee Ey, so Ich muss was wirkliches Also, ähm, ja Ben, du nimmst aus, okay Warum stehst du eigentlich da und da? Weiß ich nicht, ich seh nie auf diese Dings da Ich werde manchmal so weit weggesponnt, dass ich auf einfach nur auf irgendeiner Ebene stehe Oh scheiße, ich wollte da, äh, dahin dorieren So? Wie ich jetzt da geschrieben hab? Alter, soll ich legge? Nee Ich will legge aber richtig Boah, diese Atomkartoffel war da schon vorher Atomkartoffel? Dein Ernst? Ja, ich seh mich nicht, weil ich so legge Hast du nichts besseres zu tun? Atomkartoffel? Dein Ernst? Atomkartoffel? Ich bin auch nur Atomkartoffel, Alter Ich bin auch nur Atomkartoffel, Alter Deutsche Atomkartoffel, weißt du? Atomkartoffel, ne? Vor allem Atomkartoffel Ja Ey, wo seid ihr, soll ich, äh, in die Mitte? Ja, ich hab' ich ne ganze Rüstung, ich bin jetzt von Fame Sieh, hallo Ich hab, äh, Dorian Wo seid ihr? Ach, ich komm, Dorian Hallo Nicht angreifen Nein, ich bin nicht Ich hab' also Slashman mit Doppel-N, ne? Nein, mit allem N Mit EINEM N Ach, bitte, Alter, ich werd' von irgendjemand geschlagen, Hilfe, Hilfe Ich werd' von irgendjemand geschlagen, Hilfe Ich werd' von irgendjemand geschlagen, Hilfe Ah, von diesem Arsch Atomkartoffel Von Atomkartoffel Fick dich Äh, ne, von dem war ich eigentlich nicht geschlagen worden, aber voll Jetzt hört's auf Oh, bei mir doch voll Oh, ey, ich geh' gleich in die Lärm Ey, soll ich bei dem nächsten Map, ähm Gib mir gleich ne Waffe eben Was ist? Gib mir echt ne Waffe Atomkartoffel? Ja Ja Wenn da liegt Liegt da Ja, ja Atomkartoffel, egal, der Name ist Ey, beschütz mich mal eben Ich mach mal eben den Taxi-Pack wechseln und wegen das leck zu viel X-Ray Ja, X-Ray mach du hier nix bringen, weil das Netherstein ist auch egal Ey, ich brauch mir grade zwei Tränke Oben? Ja Brauchst du Redstone? Nein, hab ich Ach so Alter, wohnt doch das bei mir immer Ich hab noch ein fermentiertes Spinnenauge, komm mal hin Ich auch Das ist groß nötig Was war das denn gerade? Was? Keine Ahnung Wir sind nur noch zu viert Wir drei und noch ein anderer Typ Äh, scheiße, ich kann keine Kissen öffnen Ne? Ne Scheiße, ich leck wieder Alter, was ist immer mit dem... Hier leck ich immer Ach, ahhh Ach, ahhh Ach, 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 ach Wenn du musst dich lecken, du musst spucken 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 Ach, 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 ach… Ach, ach, ist das lindlich Oh ja, der ist mein Physik Arsch Ach, 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 ach... Guck mal, guck mal hier oben. Ich bin nicht mehr da in der Arena, ich muss nur noch ein killen, also bei mir hat es zu viel leckt. Ja, wir müssen nur noch ein killen, kommst du mit? Ich kenne mich richtig geil aus. Nö, ich muss erstmal meinen werfbaren Trank der Schwäche verbessern. Boah, drei Minuten, Alter. Beverly Kopf von Black Hat. Was ist? Beverly Kopf von Black Hat. Oh. Der nicht mehr da ist. Ja, Block Hat. Ich habe zwei Tränke der Schwäche, drei Minuten, ne? Cool. Felix, wo bist du? Ich bin, ich soll, soll ich wieder herkommen? Spawn. Okay. Ich schwäche dich. Ich schwäche dich mit dem werfbaren Trank der Schwäche, ne? Nein, das brauchst du nicht. Doch, mach doch. Boah, fuck. Ich bin in Lava gefallen. Echt jetzt? Ja, ich bin verbrannt, Ju. Ja, äh... Gewonnen, was? Ich wüsste dich. Fuck. Gewonnen. Genau, es geht, ich glaube 10 ist 2. Dennis? Das geht nicht. Ich kann nicht drauf, das ist immer wieder Bad Lock-In. Ja, das ist manchmal immer so. Ja, du musst in Minecraft nochmal neu starten. Ist das auch ein Crack-ed-Server? Ja. Gewonnen. Gewonnen. Ey, auf ein Spiel, das heißt Barock, das ist, die haben für die schlechte Deutsch-Community. Da steht, statt Sieg oder gewonnen, gewinnen. Nee, du hast gewinnen. Du hast gewinnen. Das will mich scheuen, das geht nicht. Aha, es, äh, Arena 3 wieder. Ich bin Arena 13, da sind schon 12, ey.